Guten Morgen aus Nagano, aus Hakuba. Wir sind hier in Hakuba, Olympiaort von 1998 im Rahmen des FIS Grand Prix 2011, siebte Station. Heute werden wir hier später am Tag Training und Qualifikation erleben. Das Ganze wird um 18 Uhr bzw. 20 Uhr Ortszeit über die Bühne gehen. Bei einer Zeitverschiebung von sieben Stunden zum Mitteleuropa heißt das dann 11 Uhr Training, 13 Uhr Qualifikation. Wir schauen uns das an. Das Wetter ist feucht. Es ist warm, 22 Grad, leichter Wind und es regnet und glaubt man den Meteorologen wird sich nicht allzu viel ändern im Lauf der nächsten drei Tage. Wir warten mal ab. Wir erinnern uns an das gewaltige Gewitter, das wir hier letztes Jahr erlebt haben. Das sollten wir nicht mehr sehen, aber es kann sein, dass es relativ feucht bleibt. Aber den Springern tut das wenig. Die brauchen sowieso Wasser, sowohl in der Anlaufspur als auch im Auslauf. Also sollte alles funktionieren, wir melden uns vor dem Training oder nach dem Training nochmal. Bis dahin. zuerst! und zuerst! zuerst! Vielen Dank.